Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Das hier gibt ein Selbstversuch im Garten mit Gaming Laptop bei schönstem Wetter. Schauen wir mal was dabei rauskommt. Ich sitze gerade draußen im Garten mit meinem Laptop. Die Sonne brennt extrem. Ich habe zwar einen Sonnenschirm, kann man nicht garantieren, dass ich alles auf dem Bildschirm sehen kann. Ich hoffe mal, dass ich was treffe. Schießen. Jetzt mal orientieren, wo Martin ist. Ja, bei mir ist sie. Ich sehe sie. Da ist die Katze. Ich habe recht die Katze. Ich habe die Katze. Ich stehe damit bloß so eine dicke Hand langer. Hier ist ein echter Gegner. Den einen habe ich doch. Ist denn noch ein echter Wo? Hier sind die echten. Ach, da hinten, ja. Die habe ich nicht gesehen. Wenn ich jetzt mit diesen Waffen fasse. Ja, nee. Hinter. Ach, das sind. Ich dachte, ich dachte, ich bin auf allem schon. Ich dachte, ich bin jetzt mal runter. Ja, ich bin klar, ne? Können wir jetzt nicht umführen? Ja, ja. Hier sind die echten. Ich finde es total witzig, dass ich und Martin auf die echten Gegner gehen und die anderen gehen auf die Hand lange. Ja, ja. Aber heute seh ich wieder nix hier. Ich muss da ins Haus gehen. Hab eine. Ich hör nur den Drucklaufen, der höre ich nicht. Scheiße. Ich kann nur ein kleines bisschen springen. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich habe es einmal drauf geballert, aber ich sehe dich gerade nicht. Ich sehe ihn, aber ich hatte irgendwie kein Aim. Ich konnte den irgendwie nicht. Hast du den Gold? Dann hole ich die anderen. ich habe ganz hellen bildschirm dass ich hier was trinke das sehe ich aber mehr sehe ich nicht und dass ich lobe natürlich auch so gleich würde ich zum neustadt bus gehe habe ich wieder hier bestes beste sicht ich habe beide karten um ich habe gedacht die handlanger wenn ich die gegner würde haben mich auf 21 kapier runtergelegen da habe ich das ist richtig klasse draußen zu zocken aber die sonne macht mir doch schwer zu schaffen ich muss mir dafür die idee ist klar wenn es weiterhin so waren bleibt was anderes überlegen ich möchte immer den granatwerfer ich kann ja noch mal gewesen ich habe ich habe sie aus dem gebüsch, ich glaube sie sind aus dem gebüsch raus ich glaube sie sind raus aus dem gebüsch ich kann kein Jump hin geh hier hin, komm hin, komm hin geh hin, komm hin hör mal, komm hin ja, ja, ich muss erst gucken was ist ich habe sie zugebracht wo sind sie gerade erbsten einer trägt noch wenn ich etwas sehen würde da muss es auch noch viel besser gehen doch einer platt gekloppt, ich hole sie david ich habe dich da warst du medkit ja, ich muss mich auch selber heilen und ruhig sofort der eine hat mich mit granaten geholt ne, ey, ich meine die Schockwälde dann nehmen wir einfach 4 wenn du falls du sagst 3 das war irgendwo Minis ich habe auch nicht es war mein Glück, dass die Sonne weggegangen ist in dem Moment ich guck sofort ach, du wolltest das Jagdgewehr haben nein, kannst du haben ich wollte es doch dann haben so mach doch kein Jagdgewehr, weißt du doch ich gucke ich helfe dir ah, hier sind granaten sehr gut was wissen wir? im Haus unter uns sind die aber das ist ein offenes Fenster welche granate rein spammen kann ne, gibt es eine Schale nicht sehr gut 60er einer noch einer noch ja andere ist auch los ja andere die Hornets spiel Backe hab beide, hab beide sehr gut ah David hat die ich habe wieder schreien gehabt ich bin im Fenster wieder hängen geblieben hat er mehr Minis? nö Minis danke, danke, danke das war gut du hast mich in die Zone katapultiert vor mir mit dem Lootdrop geknackt ok Martin, komm katapultieren uns in die Zone komm her komm mit dem Jump Pad die sind weg oh, ähm hier ist ein Jump Pad hier ist ein Jump Pad wo der Lootdrop ist hier wo ich bin ist ein Jump Pad Martin mit und Marodeure unter uns aha wie toll wieder ich hau ab ich kriech die Pimpinolo Mann ey da vorne ist Jump Pad ich flieg jetzt irgendwie in die Zone rein damit ich ein bisschen was sehe hier komm bin du als erstes ja und Marodeure über uns auf über uns da auf pass auf und von den zack heilig noch ja guck mal mich an hier Adi sind das doch die Pissen ihr das Pissen die auch von Blei hier oben hier das ist doch zum Kosten kannst du jetzt tausend mal drauf besonnen hat jemand einen Mini ne hast du mich vorher schon gefragt ja schon ich 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 sehe nicht mal wo die Gegner sind momentan ich stehe nur hinterm Baum mehr sehe ich nicht in der Baum frei ne aber Anno-Seite ist auch bei runter schießen ein 96er und der in der Luft da oben ist auch noch wenig hat auch ein 96er aber Julia mit Jump Pad ab ja Julia der zumaten kommt ja er ist in der Luft geholt worden von keine Ahnung wen ja ja wenn ich was sehen würde das wäre geil oder wenn ich ein bisschen was sehen würde und du hast ihn grabt ne nice und hier kommt einer mit mit ich höre nur einen Gleiter bei mir ich sehe aber nichts wo ist meine bei mir ist er ich sehe nichts hab sie ich bin runtergefallen gefinished erledigt ich hab auch nichts mehr ich bin runtergefallen ich ich hole David ich sehe nur nichts ich kann nur zu dem zu dem zu dem Regen lassen nein komm wie soll die muss raus ja Leute ich bin mal raus ja ich sehe nichts ich muss raus gehen hast du Mechkiss? bin tot ich sehe nichts bin gefinished worden für mich ist alles schwarz hier ach ach geil ich muss mich noch wieder runter stellen den Sonnenstirmen das ist schon cool im Garten zu zocken aber die Sonne brennt so erbarmungslos momentan sehe ich nichts ich muss wieder ins Haus ich vermute auch dass das hier nichts mehr gibt für uns ich sag daher danke für's zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal voll und mach gut nein schade